Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Denn heute gibt es noch mal eine Shiro-Sorte, die vielleicht nicht jeder von euch kennt und zwar diese hier. Wir haben den Fried Chicken Style am Start. Hier unten seht ihr schon, wie sie gleich aussehen werden. Also da bin ich gleich sehr gespannt, wie sie schmecken. Auf jeden Fall haben wir Kartoffelkrisps mit frittiertem Hähnchengeschmack. Also das klingt auf jeden Fall, ja kann lecker sein, muss aber nicht. Also ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt, wie die den Geschmack jetzt gleich umgesetzt haben. Da würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst, genau auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer auf damit und raus damit. So schauen sie aus. Ziemlich groß, also größer wie erwartet auf jeden Fall. Na gut, dann werde ich jetzt den Testteller vorbereiten und dann probieren wir sie. So, schon geht es weiter. Dann probieren wir jetzt mal unsere Shiro-Sorte. Vorher gibt es natürlich noch mal wie immer eine Nahaufnahme des Ganzen. So schauen sie aus. Und sie scheinen auch relativ gut gewürzt zu sein. Dann probiere ich jetzt mal. Sie riechen jetzt nur nach Gewürzen und ich probiere es. Ja, von der Konsistenz erinnert das Ganze an so Mais-Snacks, die man so kennt. Ich habe aber extra noch mal nachgeschaut. Das ist hier wirklich ein Kartoffelsnack. Ist relativ knusprig. Das gefällt mir schon mal. Also hat einen guten Crunch, wenn man da drauf beißt. Ist auch nicht zu hart. Auch gut gesalzen das Ganze. Ja, jetzt kommen wir mal zu der wichtigsten Frage. Wie ist der Hähnchengeschmack hier umgesetzt worden? Also hier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weit gefehlt. Also nach frittiertem Hähnchen schmeckt es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also in der Blindverkostung hätte ich jetzt auch niemals erkannt, dass das hier ein Hähnchengeschmack sein soll. Ich bin jetzt auf der Rückseite noch mal nachgeschaut. Gewürzpulver und sowas ist hier verwendet worden. Auch Geschmacksverstärker. Aber wie gesagt, den Hähnchengeschmack hat man hier leider nicht hinbekommen. Also wenn ich jetzt hätte raten müssen, was es ist. Ich hätte es jetzt hier für einen Paprikasnack gehalten. Es hat noch so eine ganz, ganz leicht rauchige Note. Ja, versteht mich nicht falsch. Die Dinger sind auf jeden Fall ziemlich lecker. Aber wie gesagt, wer hier Hähnchengeschmack erwartet, der wird leider enttäuscht werden. Trotzdem ein leckerer Snack auf jeden Fall. Auch preislich okay. 1,29 Euro für 90 Gramm. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Schio-Produkte sind ja meistens gut. Aber wie gesagt, hier hat es leider den Geschmack ein bisschen verfehlt. Ja, schade. Na gut, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Und da gibt es meine Bewertung. Ja, für mich auf jeden Fall eine leckere Schio-Sorte. Wie gesagt, wenn es jetzt hier wirklich noch den Hähnchengeschmack gehabt hätte, hätte ich drei Daumen nach oben vergeben. Somit ziehe ich jetzt einfach einen ab. Zwei Daumen nach oben bleiben übrig, was ja natürlich immer noch eine gute Wertung ist. Ihr könnt sie natürlich gerne mal nachkaufen und selbst probieren. Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob sie für euch nach Hähnchen schmecken oder nicht. Okay, gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Sagt euer Atzenberger.